Diva Agatha präsentiert Near to the Sky, die Hommage an den Kaiser der Lüfte, den A380. Realisiert und gesungen von Diva Agatha werden Sie Darsteller beim exklusiven Musikvideodreh zur Hommage an den A380. 30 auserwählte Darsteller werden 5 Tage in Abu Dhabi und Dubai beim dortigen Musikvideodreh dabei sein. Untertitelung des ZDF, 2020